Ich ignoriere hier gar keinen, ne, also wer hier was schreit, also ich versuch's, ne, wenn ich hier natürlich gerade ordentlich zu tun hab im Spiel, kann ich nicht die ganze Zeit nach da auf den Chat gucken. Das ist, äh, ja, klar. So, ich mach mal ein bisschen schneller, damit das hier wegkommt. Und jetzt haben wir den ersten Einsatz abgearbeitet und jetzt, äh, entscheiden wir mal, was wir jetzt machen. Was haben wir denn im Angebot? Eine Brandmeldeanlage, eine Ölspur, eine vermisste Person, äh, Rettungsdiensteinsatz, Schrotthändler, ja, der Schrotthändler. Mal gucken, ob wir ihn finden. So, angemeldete Demonstration, Bombenfund, Sturm, Ruhestörung, Person, äh, Personrettung mit DLK, zufälliges Feuer, Verkehrsunfall. Ich bin ja zum Anfang erstmal für ein zufälliges Feuer. Finde ich gut erstmal. Oder was sagt ihr dazu? So, zum Warmspielen, zufälliges Feuer ist auch immer gut und danach machen wir den Verkehrsunfall. Okay, zufälliges Feuer hat sich ge... Zufälliges Feuer hat sich gerade erledigt. So, ach du Scheiße! So, als erstes, Wache 2, Löschzug-Alarm. Zack, raus mit dir. Ich hab noch nicht die Wache 3. Wache 3, wo bist du da? So, du, als erstes lege ich mich, dich mal auf die 5. Dann hauen wir dich nach hier durch. Dann hätte ich gerne Wache 4. Dich hauen wir auch durch. Aber vorher lege ich dich noch auf die 6. So, du kommst von da oben und wartest da. Dann brauche ich noch einmal den Rettungsdienst. Einmal RTW, NEF in Bereitstellung. Vor der Feuerwache, genau. RTW bleibt hier. Bereitstellung. So, du nach hier. LF-Drehleiter muss auch direkt vor Ort in Stellung gebracht werden. So, jetzt hab ich jetzt erst mal die Kacke am Dampfen, du! So, du fährst schon mal nach da. So, unsere Feuerwehr bekommt seit unserem jetzigen TLF ein LF-10. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Ein MTW, ein TM-Teleskop-Mast, ne? So, wo fährst du hin? Du fährst nach hier. Scheiße, den stelle ich nach da hinten. Die Drehleiter kommt hier hin. Dann brauche ich noch ein LF, was die Drehleiter befeuert. Würde ich sagen. So, hier ist jetzt erst mal die Kacke am Dampfen. Wo ist jetzt mein LF hin? Äh, mein HLF. Was machst du da? Hörst du auf? Ach, so ein Heerst. So, du fährst mal nach hier, genau. So, absitzen. Ihr beide PA anlegen, bitte. So. Genau, ihr beide fahrt nach da. Die Dreier ist auf dem Weg. Kommt die Dreier komplett? Ne, das TLF ist drin geblieben. Macht nichts. Kriegen wir auch so hin. So, die nach da. Das ist gut so. Du fährst mal auf das Gelände rauf, damit du hier nicht so weiter störst. Denn wo ist jetzt mein HLF hin? Da. Du nach hier. So. Du gehst erst mal in Bereitstellung. Du gehst fest rauf. Ihr drei fahrt nach da hinten, wenn's geht. Als erstes fahrt man nach da so. So, dann fahrt ihr nach da hinten. Weil ich da auch welche brauche. Ihr ruft auf das Gelände, ihr löscht da gleich. So, absitzen. Ihr drei PA anlegen. Der eine da kann schon mal. Nein. Nein. So, in den Korb rein. So, du baust Löschwasserversorgung schon mal auf. Nein, erstmal versorgst du die Drehleiter mit Wasser. Kuppelst an. Und versorgst so. Ihr drei Schlauch. So ein bisschen wenig Leute hier, ne? So, du an den ran. Du holst hier Wasser von, äh, wo auch immer. Von, ich krieg kein Wasser. Wo krieg ich hier Wasser her? Gruppenführer. Einmal bitte, 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 bitte. Äh. Da drüben ist eine. Such mal nach Verteilern, äh, Hydranten, bitte. Da ist einer. Da ist einer. Okay, ich hoffe, das passt. So. So, fahr mal durch da. Geht das nicht? Komm, fahr durch. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ganze Anlage brennt hier. So, lösch das mal bitte. So. Du gehst mal nach da. Nein, 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 nein. Der ist, glaub ich, besser, oder? Ich weiß es nicht. Doch, nimm mal den da. So, du legst einen Verteiler. Absitzen. Wo ist hier der nächste Hydrant? Ich muss ja auch immer ein bisschen logistisch denken. So, euch brauche ich erstmal noch nicht. Da. So, du setzt dich erstmal wieder rauf. Du fährst jetzt erstmal ein Stück zurück. Genau, so. Das müsste passen. Dann packst du deine TS aus. Fährst ein bisschen dichter ran. Und absetzen. So, ihr beide... Nein, 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 nein. Nicht PA. Ihr beide Schlauch. Ihr drei PA. So, du kuppelst an den an. Und du... An den da. So. Löscht da schon einer? Nö. So, das ist schon aus. Ich glaube, das ist ein ziemlich größes... Größes, größes Variation. Du Schlauch. Ansonsten muss ich gleich... Achso, es tut mir leid. Ich reagiere gerade nicht ganz so auf den Chat. Es tut mir sehr leid. Aber ich hole das gleich nach. Alles. So. Entfernung zu groß. Dann spann ich da jetzt das LF4 dazwischen. So, du. Startest schon mal das da. Du. Was machst du denn da? Warum geht das nicht? So, du kuppelst da an. Ihr drei. Schlauch. Du, an den ihr absitzen. So, du Schlauch. Die können hier nichts mehr löschen. Wieso nicht? Ach, du Kacke. Achso, Wasser alle. Wasser alle. Ich hab's mir gedacht. Zack. So, jetzt. Pauz. Da hat's einen umgehauen. Du gehst wieder in. Tank ist leer. Oh, mein Feuer war da. Mann, ja. Leute. Hilfe. Mayday. 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 Wie geht's denen? Ja, die stehen hier ganz locker. Fahr. Fahr doch mal weg da. Wachen. Scheiße. Scheiße. So. Ähm. Du. Ähm. Machst Minus. Hier. Alle Mann weg vom Gelände. Alle Mann runter vom Gelände. Alle Mann, die noch stehen und laufen können, runter vom Gelände. Ihr versucht die Drehleiter zu retten. Ähm. Ihr. Du. Ähm. Machst mal Minus und läufst weg. Fuck, 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 fuck. Ach, du Scheiße. Ähm. Ich hab das nicht gesagt. Es tut mir leid. Du holst den Schlauch. Äh. Du gehst mal zurück. Ach, du Kacke. Ähm. 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 Ich hab nichts gesagt. Rein, gar nichts. So, Leute. Macht was. Tut was. Alter, Scheiße. Ach, du Kacke. So, du. Ihr müsst jetzt mal versuchen. Falsche Person. Oh, Leute. Du vielleicht? Ja. Scheiße, Dreck. Ähm. Ich hab ein klitzekleines Problem. Ich glaube, ich hab kaputt gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Anheuern? Wenn, dann fordere ich das an. Aber trotzdem. Da ist noch irgendwer gestorben. Wir haben elf Verletzte, Leute. So. Wo ist mein ELW? ELW. Da. Du, äh, baust dich erst. Genau. Das ist gut. So. Du. Alle erst mal in Bereitstellung. Zack. 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 Und der KDOW nach hier. Der MTW auch nach hier. So. FF4ler. Hol mal dein Auto da weg, bitte. Ihr. Scheiße. So. Minus. Irgendwie hab ich das Gefühl, die Kacke ist mächtig am Dampfen. Ich weiß gar nicht, wie ich da draufkomme. Du. Das tötet Menschen, du Mörder. Alter. Freddy. Arschloch. Ich hab kein Biberfelder. Ja, Verstärkung hab ich gerufen. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Kampf. Freddy. Einsteigen. So. Guck mal, ich kann den da auch nicht mehr bewegen. So. Ihr jetzt. Immer noch minus das. Warum macht ihr das denn nicht? Geh mal hier hin. Und mach mal minus da. Mach doch mal minus da. Ich will meine Drehleiter nicht noch verlieren. Ah. So. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir nachher neu beschaffen müssen alles. So. Da ist noch ein Verletzter. Warte mal. Ich muss wirklich mal... Ich hab keinen Plan. Ich hab... B-E-M-A-B-E-M-Chem. Passt schon. Fraktur nach Sturz. Ja, kümmern wir uns drum. Die... Die Eins rückt auch gleich aus. Fraktur nach Sturz ist wo? 20 verletzt. So. Löschzug-Alarm nach hier, bitte. Hab ich jetzt den ausgelöst? Ich hoffe. Wenn nicht, wer kacke. So. Du fährst mal dein Auto da weg. So. Was haben wir jetzt? Der... GWL. Den brauchen wir erstmal noch nicht. Das TLF. TLF hier in Bereitstellung. Ich brauch ne Riegelstellung. HLF hier hin. Ich brauch unbedingt hier ne Riegelstellung, dass das nicht nach hier drüben geht. So. Bau dein Dings auf. Absitzen. Du bist der Gruppenführer. Okay. Alle drei PA aufsetzen. Okay. Haben sie keins. Ich brauch auch noch den AB Atemschutz am besten. Den hol ich mir am besten gleich mal. Ähm. Du bist der AB Gefahrgut. Dann bist du der Atemschutz. AB AS. Genau. So. Jetzt brauch ich Rettungstrupps, die die Trupps da rausholen. Das wäre gar nicht mal so unnice. Rettungsstelle hier. Hier. So. Ich brauch die SEG. Wer, wer, wer wollte vorher nochmal einen SEG Einsatz? Ich weiß es nicht. Nein, meine Drehleiter brennt. Oh Mann, no. Ich hab jetzt kein Interesse an diesem scheiß Schrotthändler. Lasst mich in Ruhe mit dem Kackt-Schrotthändler. Oh, Leute. Was interessiert mich jetzt um diese Uhrzeit der Schrotthändler? So, wer von euch ist der Gruppenführer? Da, du verpinkelst dir. Weil bei dem hier kann ich den Gruppenführer immer nicht auseinanderhalten. So, drei Mann PA. Zwei Mann, nicht zwei Autos. Äh, Schlauch schon mal. Ich brauch hier auch noch Feu... Äh, blablablabla. So, der ist bestimmt schon leer, genau. Da. So, TLF. TLF am besten nach hier. Komm, hopp. Komm, hopp. So. Du an den. Du an den. Du Pumpe starten. Du nach da. Ja, siehst. Das wollte ich verhindern hier. Scheiße Dreck. Ach, Kacko mit Mio. Alter Vogel. Nein! Och, was soll das denn? Was soll das denn? Kühlen. Oh, Leute. Mann, ey. Wie war das noch? Das tötet Menschen. Habe ich auch das Gefühl. Also alle werden wir... Also 26 Leute werden wir hier nicht lebend rauskriegen. Tut mir leid. Wär schön, wird nix. Ach, Mann, ey. Mist, Kack. Mist, Kack. Mist, Kack. Gut, doch. Ich bin Mist, der Kack. So, von hier. Vielleicht reicht das ja. So, du kuppelst an. Und... Ist man nach da. So. So und so. So, du bist. Das. Zack. So, Riedelstellung. Und einer nach hier so ungefähr. Was? Leck mich am Arsch! What the fuck? Warum? Warum? Was? Alter! Ähm. Mir geht's gut. Den da nicht so. Oh, ich brauch den Dekopé. Leck mir doch eine Tasche. Ich hab keine Lust mehr. Warum? Warum passiert sowas über mir? Oh, kackt doch die Wand an. Ich überventiliere doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich hab hier bloß so eine Giftwolke, die ich gerade voll einatme. Boah, scheiße. Vor uns, alles geht noch. Ich hatte mal mit Till so ein Erlebnis. Manf gibt's nicht. Ich will jetzt erstmal den Abi Atemschutz. Nein, stimmt gar nicht. Den Abi Gefahrgut. Den Manf kann ich auch rausholen, meinetwegen. So, was haben wir hier? Drehleiter. So, ich brauch Chemikalien-Schutzanzüge. So, den hier brauch ich. Oh, leck mir doch eine Tasche. Leck mir doch eine Tasche. Das kann ich auch nicht wahr sein. Freddy, du kannst das doch. Mach mal bitte in den Titel Riesengroße Gefahrgut, was weiß ich, Halle brennt. Hallo, Tom. Freibad Segway gibt's hier noch nicht. Das ist die Version 1.1. Ja, verreckt doch. Alter, leck mir meine Tasche. Ist aber nicht ansteckend, ne? Gut. Ähm. So. Womit kann ich dienen? Ich kann mit gar nichts gerade dienen. Alter Schweiß. Schweiß. Alter Schweiß. Ja, ist vorhanden. Definitiv. Alter Scheiße. Dekon P. Ja, fahr ruhig in mein Auto rein. Ich brauch mal ne Pol. Ne Polente. Einmal bitte nach hier. Und dann... Am besten hole ich den hier. Nach hier drüben. Muss hier auch dicht machen. Das kann auch nicht wahr sein. Scheiße. Wenn ich wüsste, wo die Wolke herkommt, und was diese Wolke verursacht, dann könnte ich das ja bekämpfen. So. Du nach hier. Schmeiß deinen Monitor an. So, du fährst da jetzt erstmal raus. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach so. So, du fährst raus und machst deinen Tank wieder voll. Hierher. Ah, leck mir doch eine Tasche. So. Dekon P. Dekon P zur Feuerwache hier. So, absitzen. Schlauch. Einer geht da rein. Meinetwegen der Gruppenführer. Somit kann ich jetzt immer Pendelverkehr machen. So, dass ich das mindestens ein bisschen unter Kontrolle kriege. Absitzen. Scheiße, Dreck. Leck mir eine Tasche. Traktor 4, Tschechen-Modell. Wie installiert man BFL? Dafür habe ich jetzt keine Zeit, das zu erklären. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wieso ich keine Zeit habe. Keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich bin leicht aggressiv. Beruhigen, Anton. Beruhigen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bin die Beruhigungen-Person. So. Dekon P. Aufbauen. Zack. Zack, zack. So, absitzen. Ich brauche die SEG. Nein, nicht scheiß SEG. Gute SEG. Aber. Ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt. Till, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Ach, Mann. So. Du kannst, glaube ich, mal aussteigen. Und verstrahlt. Ich will bloß das TLF. Danach könnt ihr euch gerne. So. Ihr drei könnt schon mal da hinlocken. Noch nicht. Pauz, was hat sie jetzt weggehauen? Den Tank da, okay. Lebt ihr drei noch? Der ist hin. Der ist hin. Ja, da ist der zweite. Okay. Was ist das für ein Einsatz? Weiß ich nie. Riesengroß Gefahrgut. Würde ich das nennen. So, ich muss jetzt erstmal Struktur hier reinkriegen. Wie viel hast du noch? Nicht mehr viel. So. Minus. Minus. Wer kann hiervon noch laufen? Keiner mehr. Ich werde so viele Leute verlieren. Es tut mir so leid. Es tut mir so scheiße leid. Da rein. So, du bist bestimmt schon wieder voll, ne? Minus. Du fährst nach wo? Wo kann ich das am besten verhindern? Ich muss hier auf jeden Fall noch eine Ausbreitung verhindern. So, meine lieben Freunde. Gucke ich mal in die Kommentare. Ich sehe natürlich nicht alles. So. 200 tolle Minuten. Wie viele Minuten? 55. Ach, Leute. Ihr macht mich fällig. Ich brauche jetzt mal CSA, Leute. Wo ist eigentlich jetzt? Da. Ihr nach hier. Ihr drei PA, bitte. Da. Ich bin dann mal gespannt. Tötet Leute. Ich töte keine Leute. Ich bin nett. Macht mal Minus. Beide. So. Ich würde da ja gerne raufgehen. Aber geht nicht. Diese Wolke. Diese Wolke. Alter, guck mal da. Der ist auch nicht mehr da. Okay. Diese Wolke. Ich brauche CSAs. Alle vier. So. Chemikalienschutzanzug. So. Ich brauche jetzt den GW Gefahrgut. Beide hoch hier. Beide nach hier, bitte. So. Du hast Zeit. Du sammelst. Du kannst dir den schnappen. Du hast Zeit. Du kannst dir den da schnappen. Du hast Zeit. Du bringst mal deinen Kameraden weg. So. Ich muss mich jetzt erstmal um die Verletzten kümmern. Brandausbreitung. Komm. Geht das nicht? Geht nicht. Mist. Gut. Dann bringst du jetzt erstmal deinen Kameraden weg. Ich habe bloß vier Leute mit CSA. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Als erstes die Verletzten oder als erstes die Gesunden? Vergiss nicht, dass die WLFs sind unterwegs. Die beiden WLFs. So. Der ist wieder leer. Der fährt mal auftanken. Fährt mal auftanken. Das ist natürlich auch kacke mit dem Pendelverkehr, ne? Ja. Da ist der Nächste. Wie, 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 wieso? Wieso, wieso? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich das verstehen? So. Du holst dir den Feuerwehrmann. Du holst dir den Feuerwehrmann. Ich räume jetzt erstmal das Gelände frei. Ich arbeite mich jetzt langsam von vorne nach hinten. Willkommen mit mir, oh. So. Der ist sauber. Du bringst den nach hier. So. Ihr baut mal bitte euer Zelt auf. Dankeschön. Ich habe hier noch mehr Platz. Du da rein. Habe ich Verletzte, die nicht verstrahlt sind? Ne. Du gehst mal da hin. Du ins Zelt. Und da kommt das T-Left, so. Plus da. Alter. Diese Wolke. Ich lasse das jetzt abbrennen. Es scheint ja halbwegs unter Kontrolle zu sein, da das hier abgebrannt ist und das hier habe ich bekämpft. Guck mal, der kann das. So, du gehst mit dem da rein. Du nach da. Ich bring die jetzt erstmal alle ins Zelt. Ist mir jetzt erstmal egal. Weil das ist besser, als wenn ich jetzt stundenlang durch die Gegend die noch behandle und so weiter. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass die CSA-Leute frei werden. Und dann immer Leute rausholen, Leute rausholen. Ich brauche auch mehr CSA. Definitiv. So, wer bist du? Du bist der GW Umweltschutz und du bist der so Sattel ab. Ich brauche mehr CSA, Leute. Ach, Mann, Leute, Leute, Leute. Also, wie ihr merkt, ich habe mich beruhigt. Ich bin auch nie mehr so aggressiv. So, ich kann es zwar noch nicht. Ups, der ist ab. Vergiss nicht die Wehärmung. So, Leute, Leute. Dankeschön, Mario Polmann, fürs Abonnieren. Gut, dass ich da gerade rüber geguckt habe, ne? So, erstmal. Ich kann jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer noch alles dazu gekommen ist, aber erstmal alle Hallo seit der letzten Hallo-Sagerunde, die dazugekommen sind. So, ab ins Zelt mit dir. Opfer muss zuerst vom Arzt. Okay. Okay. So, ihr zwei wieder nach hier. Guck mal, du fängst dir gleich mal den ein. Ich muss da unbedingt irgendwie einen hinstellen hier. Hier weiter absetzen. Alter, merkt ihr das, wie laggy das jetzt mittlerweile ist? Weil der Einsatz so scheiße riesig ist. Hallo, Thomas. Wie geht es dir? Mir geht es? Naja. Und den anderen, die haben scheinbar ihren Spaß. Nö, das Feuer, das brennt jetzt hier so vor sich hin. Lass ich jetzt auch. Wird jetzt keine Lust. Tut mir leid. So, da rein. Ich brauche hier mal einen Notarzt. So, ihr seid alles Sanitäter, glaube ich bloß, ne? Notfallsanitäter. Naja, was heißt bloß? Aber ich hätte gerne Notärzte. So, du zu dem. Oder guck dir mal erst mal den hier an. Muss bestimmt reanimiert werden. So, ich weiß, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß jetzt. So, ich hole mir jetzt den LNA. Auch wenn er dabei verstrahlt wird. Ich schmeiße den jetzt erst mal da rein. Der soll die sichten, damit ich weiß, wo es sich lohnt, die rauszuholen und wo nicht. Weil wenn ich das nicht weiß, bringt mir die ganze Sache überhaupt nichts. So, ich brauche mehr CSA, Leute. So, als erstes mal würde ich sagen, ihr absitzen. Ihr drei Mann. PA, bitte. Der könnte eigentlich abbauen und auf die andere Seite rüberfahren, ne? Aufheben. Minus. 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 Wir haben 47 Verletzte. 47. Ich glaube, da zählen... Ja, toll. Du nimmst die D. Du holst die nächsten raus. Müssen erst mal gedekont werden. Erst mal die G... Die G... Buh, bluh, 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 bluh. Habe ich wirklich nur die vier CSAs? Gibt es nur die vier CSAs? Hallo, Dani. Wie geht es dir? Ist echt so, Fredi. Ist echt so. An jeden, der subscribt, abonniert, wie ihr es auch immer nennen wollt. Wow. Dankeschön. Ihr seid die Besten. LPTobi, dankeschön fürs Abonnieren. Ihr seid die Geilsten. Ich habe gerade... Oh, ich... Wetten, der Sturz ist schon tot. Wetten, der Sturz ist tot. Um was? Um was? Um was wetten wir? Den habe ich ja vollkommen vergessen. Ach du Scheiße. Den habe ich ja komplett vergessen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sag jetzt nicht, der liegt auf dem Sportplatz. Wo ist denn der Sturz? Ach so. Ist schon viel geschlagen. Okay. Danke, Mika, fürs Subscriben. Dankeschön. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die auf diesem Kanal subscriben. Sub und schreiben. So, was sagst du hier? Oh, guck mal, der sieht doch gut aus. Der kann direkt abtransportiert werden. So, der kleine Junge da vorne. Ist der LNA schon da? Ja. Sorry, LNA, aber es tut mir leid. Aber du musst jetzt erstmal sichten. Sichte um dein Leben, Alter. Sichte um... Oh. Vielleicht sollte ich den da doch nicht rein. Ich überwach den mal lieber. So, sichte um dein Leben. Da kommt nochmal eine ordentliche Wolke rüber. Der muss jetzt erstmal sichten. Es tut mir leid für den LNA, aber es muss sein. Auf dem Dekon habe ich auch keine CSAs mehr, ne? Wo kriege ich denn jetzt noch CSA her? Gibt es nur diese scheiß vier CSAs? So ein Kack. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof, ne? So, du gehst mit ihm ins Dekon-Zelt. Wie sieht der aus? Die sehen alle echt gut aus, muss ich sagen. So, da ist noch eine. Holst du den? Guck mal, blau, blau, blau. Was heißt blau? Äh, eine aus dem Rettungsdienst. Bitte mal sagen, was heißt blau? Ich habe gerade keinen Plan, was blau ist. Rot weiß ich, gelb weiß ich, grün weiß ich. Aber was ist blau? Blau ist leicht verletzt? Oder heißt das hier besondere Schwere der Fälle hier? Ich brauche hier... Die laufen hier mir alle rein. So, was sagt ihr? Sehen gut aus. Sehr schön. Alle werde ich definitiv nicht retten können, aber einige. Wo sind denn jetzt meine CSA, Leute? Da ist einer. Reanimation. Du holst den da. Ihr beide. Ab ins Zelt. Ab ins Zelt. Dann bring den mal nach da. Du, ab ins Zelt. Wie voll? Das Zelt. Das geht ja noch. Der Feuerwehrmann müsste da raus. Eskalation. Blau hoffnungslos. Ist das wirklich so? Blau hoffnungslos? An sich kenne ich das... Ja, doch. Könnte sein mit blau hoffnungslos. Wir haben wieder... Oh, geil. Oh, geil. Irgendwer wurde reanimiert. Kann eine Person nicht transportieren. Ist ja... Oh. War das der hier? Ist ja geil. Laut Wikipedia. Okay. Dann glaube ich das mal. Aber an sich kann man hier noch jeden retten, oder nicht? So, ich frage mich jetzt, wo der LNA ist. Nicht, das ist... Hier, guck mal. Da ist schon zum Beispiel ein Toter. Der ist schwarz. So, jetzt frage ich mich, wo ist mein LNA? Du guckst dir den an. Und du holst den nächsten da raus. Da. Du machst Minus. Hä, ich mache Minus. So, wo ist denn jetzt mein LNA hin? Der ist hundertprozentig irgendwo untergegangen, oder was? Da läuft er rum. Schwarz, 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 schwarz. Was geht hier ab? Und da kommen Sichte weiter. Nein! Oh Mann, ich habe ihn zittlich da ins Feuer geschmissen. So krass viele Abos. Ist so, ne, Freddy? Ist echt so. Wir haben... Warte mal. Ich gucke mal kurz nach. Es tut mir leid, ich unterbreche mal kurz. Ich breche mal kurz durch. So, wir haben jetzt... Ich stream seit einer Stunde. Und seit einer Stunde sind... Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf dazugekommen. Elf Stück. Das heißt, wenn meine Berechnungen richtig sind, liegen wir jetzt bei 740 Abonnenten. 740, glaube ich, ne? Spät ist das überhaupt? 22. Wollen wir eigentlich gleich mal... Patient ist verstorben, ja, meinetwegen. So, als erstes hätte ich jetzt gerne mal... Ich brauche einen mit CSA. Der ist tot, okay. Ich brauche noch einen leichten Sammelplatz. So. Nabend, Dominik! So, ich brauche jetzt einen mit CSA, der mein LNA da rausholt. Weil da glaube ich nicht, dass der noch hoffnungslos ist. So, du guckst dir den an. Den habe ich hier ja noch, die Feuerwehrmeness. Die könnten ja eigentlich mal die ganzen Leute hier... So, hier müsste auch noch einer mit CSA rumstehen. Genau, perfekt. 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 Das ist natürlich schade, ne? Wie viele Leute haben wir hier schon Tote drin? So, den will ich rausschmeißen. Kann ich die irgendwie rausschmeißen? Oh nein, wir haben einen Kropenführer verloren. Aber die sehen gut aus. So, ihr... Nehmt euch mal eine Trage. Dann können wir schon mal welche abtransportieren. Wir müssen hier quasi so ein... Ja, ich weiß auch nicht. Guck mal, kann ich die eigentlich mal nach hier vorne stellen, damit die gleich anfangen zu behandeln? So, ihr holt euch einen da draus. Du holst ja einen da draus. So, ab in den Rettungswagen und weg damit. Können nur durch einen Bestatter aus dem Zelt geholt werden, aber macht nix. So, und weg damit. Not... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wum? Ich kann doch jetzt nicht mit meinem Notarzt hier wegfahren. Komm, der geht alleine. Das ist gut. Ja, im Rettungswagen wird er ja auch stabilisiert. Passt schon. So, ich muss jetzt eigentlich noch was gegen den Brand hier tun. Ich brauche an sich... Hier... An sich müssten die mir wirklich hier eine Schleich... Auch Leitung... Schleich... Eine Schleichleitung. So, guck mal. Ich brauche jetzt mal... Ein CSA-Typ mit Schlauch. Habe ich irgendwo einen stehen? Da. Hol dir mal einen Schlauch. Danke. Ich habe jetzt gedacht, der rennt zum Rüstwagen. So. Komm, LNA kann auch da rein. Schade, dass ich den so... Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich das Bild. VQ... Äh, VKU... VU klemmt, aber die Person hatte sich selbst befreit. Ja, das ist auch gut. Das ist ja... Sowas finde ich immer noch am besten, muss ich sagen. Guck mal, die sind alle nicht mit... Nein, scheiße. Okay, den kann ich noch retten. Den kann ich noch retten. Komm, den kann ich noch retten. Ach ne, den sollte er ins Zelt bringen, ne? Den kleinen Jungjin. So, habe ich jetzt irgendwo einen CSA mit Schlauch? Wo ist der denn jetzt hingerannt? Mein CSA-Mensch mit Schlauch. Wo ist der denn jetzt hingerannt? Guck mal, hier brauche ich noch zwei Rettungswagen. Ich hole mir mal den ITWD. Stimmt, den kann ich für den Notarzt-Pendel-Verkehr einsetzen. NEF kann ich auch gut gebrauchen. Hier brauche ich zwei RTWs. Ja, ist mir jetzt egal, wo die herkommen. Hauptsache, ich kriege die Patienten hier weg. So, ich brauche jetzt zum TLF eine Schlauchleitung vom CSA-Menschen. Aber wo ist mein CSA-Menschen? Du geh mal nach da oben. Ah, ich weiß, der hat... Ich weiß, ich weiß, guck mal. Irgendwo? Da. Da ist er. Der steht... Der steht da irgendwo. Da ist er. Perfekt. Perfekt. Guck mal nach da oben. Kann das jetzt mal abbrennen hier? 48 Leute. Das wird noch eine ganze Weile dauern, Leute. Mittlerweile kann ich aber auch wieder so ein bisschen darüber gucken, weil... Wie war das vorher noch? Lass mal ein zufälliges Feuer machen. Das hört sich ganz gut an. Und dann kam eine Alarmierung rein, ohne dass ich den Knopf gedrückt habe. Ist ja auch egal. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe nämlich keine Lust mehr auf diesen Scheiße-Einsatz. So meinte ich das nur auch wieder nicht. Oh, Mann. Spiel ist abgeschmiert. Ich lade neu. So. Okay. Vielen Dank.